So, Servus Leute, heute mal Metrog Ultrabomb von Kafferata Feuerwerk Und ich auch damals in der Bestellung gehabt von Bürokraft Schauen wir mal rein Sein eigentlich, im Endeffekt halt den Böller Tonschleider Da ist immer Leute fragt, wie gut sind die Tonschleider? Mit Ersatzzinschnur Ah ja, das muss ich noch einmal ziehen, falls es nicht so lecker Das muss ich zweimal hernehmen Ah ja, was soll denn da rein nehmen? 2 Gramm Warte mal kurz Bleiben wir jetzt mal schauen Weißt du, von der Stärksten? Nein, die sind schon wach Es gibt ja noch oft wieder ein Ding Ja, aber der ist ja zwischen den Felsen Der ist ja noch gerichtet auf uns Boah, was liebst du denn da? Du musst hinstellen nochmal an Die waren gar nicht letztes Die waren gar nicht letztes Für Tonschleider nicht schlecht Nicht schlecht Mit der Doppelzinschnur Ja Boah hey Ich bin der für aktuell echt gut Rupen wir da nicht Hier Nein, da ist Wasser schön Aber nicht schlecht Ein Glück Nein, der ist ja gut Den kann man sich auf jeden Fall einmal mitnehmen Kostet jetzt Sand die Welt Also, du weißt das auch schon wieder Das ist schon mal eine Kaufempfehlung Also, bis zum nächsten Mal Und Servus Servus